Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ein neues Projekt, und zwar Ark Survivor Evolved. Und, 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 und. und, 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 und. Das sagt, L, hier. habe ich noch was nicht denn was Okay. Was gibt's denn so zur Auswahl? Ja, davon war ja nix. Ach, wegen... Hey, was brauche ich jetzt noch? Was war ich für ein Floß? 75 Leder. Okay. Okay. Mehr mag, glaube ich, für uns schaffen. Wollt. 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 Oh, shit. Hä? Das ist gar nicht zu nennen. Das war's für heute. Aber es geht. Verdrecks. Wie. Wie viel Leder habe ich? Ach. Was kann ich denn? Das war's für heute. 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 Das sind jetzt nur noch 200 Volt. Oh. Wie viel Holz haben wir? 75. Oh. Bisschen was. Komm schon an. Komm schon an. Ah, war da heute. Ja. Ja. Das ist doch schnell gegangen als erwartet. Ja. 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 was genau mich jetzt angriffen hat der mecker oder doch ja kaum kann man ja nicht verübeln ja ja fehlt mir holz und es 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 was fast Bernholzer 18 aber geh weg her 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 a n her n Oh Lecker Ich weiß nicht, was ich nicht? Oh mein Gott weg in der was brauche ich einmal die steinformatoren aber meine freunde bis weiter geht es wieder in der nächsten folge bis dann bep tschau tschau